Ja Leute, äh, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ähm, ja, wie man vielleicht als erstes schon sieht, habe ich mein, äh, freshes Pocketbike, äh, lackiert, sieht auch gar nicht scheiße aus oder so, ja, ich hab mein Pocketbike repariert, äh, 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 sprachenlernen, ich hab mein Pocketbike lackiert, aber, ähm, darum soll es halt gar nicht gehen, sondern, äh, ich hab heute eine wirklich super coole, freshe Videoidee, äh, und zwar habe ich hier so Luftbalance, hab ich gesehen, äh, auf TikTok, äh, und zwar will ich die hier so ran machen, so am Auspuff, wisst ihr, wie ich mein, und dann hört sich das eigentlich ganz cool an, also soll zumindest, äh, also, ja, äh, das mach ich jetzt einfach mal auf ganz los, ich versuche die Kacke jetzt hier mal rüber zu ziehen, was mit der Bank übrigens passiert ist, ich hab keine Ahnung. Kacke jetzt hier mal rüber, ich hab keine Ahnung. Kacke jetzt hier mal rüber, ich hab keine Ahnung, Cringe Digger, Fuck, Oah, ist halt. Ist halt. Na, Bruder. Digger, was das ich denken muss. Woah. Komm schon, Bro, komm schon. Oh, da sind schon Löcher drin. Ach, das hält gut, oder? Guck, wie geil das aussieht. Oh, das tut mein Bein weh. Wir haben es professionell ran gemacht. Sieht ein bisschen scheiße aus. Aber warum kümmern wir uns jetzt mal nicht? Also wie man merkt, sind meine Videos super durchplanen, Leute. Also, kann man auf jeden Fall mal ein Abo da lassen. Nö. Oh, oh, jetzt ist gut. Uff, Junge, jetzt muss es halten. Digga. Digga, man hört keinen einzigen Unterschied. Was ist das denn? Oh. Oh. Hey, man hätte ich mir das Krüger draufstellen. Oh. Das war's für heute.